Das ist so eine Stadt, wo man nur mit einem Knopf rein Ich bin Jonas, ich bin abgehackt Ja, Evergreen Mario ist so eine Stadt, wo man nur mit einem Knopf rein Nimm deine Pfoten Ja, ich habe auch einen Knopf, aber das ist glaube ich nicht so toll Nicht so toll Ah, komm Ich will mal, ich verhaut hier, ich will jetzt wenig Frames Ich weiß nicht, warum bei mir in Minecraft immer die Welt manchmal nicht lädt, voll behindert. Behindert? Ja. Ganz kurz, ich schau mal kurz nach den Kolonatoren. 560 minus 1110. Ja, sind wir ja fast da. Es kann doch mal Wale geben in Minecraft, generell. Wale! Wale! Alter. Der hier rumschreit wie im Altershelm. Ja. Sag mal Fische, oder? Bin ich doch mit dir auch. Irgendwas. Bist du auch im Altershelm, sagst du? Wer? Deine Mutter. Nee, die noch nicht, aber bald. Wir dürfen leider noch nicht über unser neues Projekt erzählen, weil es zum Zeitpunkt dieser Folge noch nicht draußen ist wahrscheinlich. Welches neue Projekt denn? Ja, ist gut. Loll. Heute war es gerade ein Leck. Meinst du, ist das hier gerade aufgenommen oder was? Ja. Was wir noch aufnehmen müssen, so. Alles klar. Das wir aufgenommen haben, gleich. Whitehaven. Wie auch immer. Ja. So ist das Projekt, was ihr gerade aufgenommen habt. Ja. Aber wir müssen auch noch was aufnehmen. Du darfst den Namen jetzt sagen, Jonas. Alter! Hütt dich doch, Jonas. Es sind echt in die Kisten weg. Ach. Ich hab jetzt ein Holzschwert. Oh, hier ist die Essens. War. Zombies. Lecker ist nicht so cool gegen die zu kämpfen. Ist klar, du brauchst einen Schlag. Hat er den Eiskalt den Kögel geklauert? Oh, ich den Heuballen. Heuballen! Vielleicht noch mal rumschreien, ja. Oh. Zum Schau, wenn da steht eine Kiste, ja. Der Nachbar, aber die Nachbar dürfen sie nicht mehr stören. Ich glaub, die sind alle tot. Ach, cool. So sehen die also aus. Da muss es ja relativ neu sein, mal. Na, wenn's jetzt so Heuballen gibt. Vielleicht haben sie das mal abgeaubtetet. Ich glaub, die haben die, äh, meins mehr abgeaubtetet. Ah, ne, war doch eigentlich das Essenshaus. Ja, das sieht aus wie dieses Haus in der Einstatt hier. Ja, ich glaub, die verwenden mancheweise doppelt. Was ist das, glaub ich, das Essens? Brownship of Whitehaven. Essen. Der Stern, der Power-Bus-Namen trägt, der wird bald abstürzen. Also ich will das Lächeln aus wie voll. Okay. Kisten. Äpfel. Power-Looten. Schnell an. Bei Melonen. Guck mal das. Lass mal das Inventar ordnen. Erstmal das rotete Fleisch verkürfen. Ja, schön, dass... Könnt ihr auch... ... ... ... ... ... ... ... ... ... und mit dem im großen stückseln aber ich habe auch nicht das schön das ist auch nicht eigentlich ja ich habe auch nicht 15 wir haben ich muss den gleich wieder jonas muss mir helfen alter leo das hat mich nicht entdeckt das ist da drin da war eine kiste drin da war eine kiste drin ganz links war eine drin da kann ich mit dir wetten gehen nochmal zurück da war Angst vor dem Zombie alter Bus sehr gut dann rennen wir nicht witzig habe ich mir gerade das Gefühl Leo geht gerade vor die Hunde ja du musst mich jetzt unbedingt heilen da wurde schon der verkackte Eingang von dem scheiß Haus alter ja er gibt da eine Schere Geninis Schere boah ich habe da eine Schere sogar noch Alter mein Sternfeld ist fast kaputt ne geh jetzt in das Haus kann dir das Ding da noch anbieten du sollst in das Haus da gehen links jetzt warte doch nein da war ich gerade drin ja dann ist da natürlich nichts mehr drin boah Jonas da steht eine Kiste ne geradezu das ist auch ein Zombie ja ja was sag ich blindfisch jetzt haben wir wieder genug essen blindfisch weiter gehen nein kann man den Bildschirm irgendwie ausmachen nein da lass mal Pfeile aufnehmen oder was überholen gehen wir jetzt und warte mal die Kisten sind neu gespawnt übrigens da da würde ich gerne ich würde übrigens gerne meine Eltern grüßen genau dieser Stelle genau dieser Stelle ja wenn der Leo sich gerade die Nase gerieben hat ja weil sie gekratzt hat ja die Nase kratzt die Nase kratzt ich dachte mal das Jupp inwau soll ich ja nochmal kurz ran aufnehmen du kratzt ich verscheide aus die Heuerblöcke komm irgendwie Zombies an glaub ich das war das leise Gefühl ja da da steht noch einer hinter dir hinter dir weißt du Leo fliegt auch nicht drauf sag mal hinter dir weil ich Jonas geschlagen hätte sonst doch hätte ich du wirst gemein du wirst die Fresse ey du wirst die Fresse ey ich wollte ich wollte sein Epic Lut können wir schon über das andere Projekt drehen was hier von hier ist noch einer Schaufwerber ich glaub braucht nur einer was ich dich gebracht hab das haben wir doch nicht aufgenommen Stimmt Machen wir Alter Mie So So Leo Wollen wir dann halt über die Battle Alternative reden Ja sonst kannst du noch nicht mal vor du hier blickt hier noch immer eins Hab ich da grad gemacht ich hab'n Vorstellung Loll! WTF Jonas und Didi Alter der Zombie ist äh glaub ich grad gespawnt hinter dir ne der ist runtergefallen von oben gerade Fuck Man könnte über die nicht mehr ganz so neue 5 Euros drehen das sieht total komisch aus das ist ja ein wahnsinnig interessantes Thema Ja jetzt hab ich über die neue 5 Euro Scheine die nicht mehr ganz so neu sind Es gibt auch neue andere Scheine oder? Es gibt ja nicht nur 5 Euro Ne es gibt nur neue 5 Euro Scheine Echt? Es gibt keine anderen neuen Scheine? Ich mein Leo hat nichts als 5 Euro Scheine in Deutschland Ne die anderen Scheine sind auch alle neu warst mich nur Kann nicht sein dass ein Boah Jetzt häng ich auch noch fest Da rutscht gleich das Headset vom Schädel Ja das herutscht den wir ständig vom Schädel oder? Ja Was soll ich sagen Paul, äh Leo fall nicht wieder in irgendein Loch rein Kannst du? Du kannst das auch verstellen Paul ne Ja Kannst du schon Ich google jetzt Jetzt googelst du den jetzt so Weiß ich nicht Was ist Schnee Ich auch leider Ich weiß ihn auch nicht Ich schreib der Neue und schreib der Neue nur das Ende und das E und auch gleich der Neue 5 Euro schreien Kannst du mal nachschauen weshalb der eingeführt wurde Weil der also zuerst zum Faken war Er faked hier mit der 5 Euro schreien Ich weiß nicht Chad Norris Was willst du hin? Rechts Rechts unten Rechts Gehe geradeaus und rechts Er hat die Richtung ganz gut Links Jetzt nur noch links Siehst du seinen Namen nicht? Sag mir jetzt nicht Nein Leo Ah Einsthaft Nein nein Ah beinahe Weiter bei Leo will jemand wieder rennen von So Let's go Er hätte einfach nur ne Dauerschelle verdient ab Alter Das voll gemein ohne Witz Könnt euch mal selber zu Ne Wie gesagt Würde ich nicht aushalten Lass mal Licht anmachen Ja siehste ähm das weiß verbesserte Sicherheitsmerkmale auch Ich weiß jetzt nicht ob das jetzt nur Eis ist oder ob da auch Schnee ist wo wir jetzt gleich Ich glaub da auch Wasser ist mein ich Ach nur Eis aus Ah ok